So Du führst einfach, du weißt ja wer der Boss ist Nur sterben solltest du sagen, so Na ich hab noch genügend Energie zuzahlt Na ja, kein Ding Warte Motruts, hier ist da noch was Alter, das Wasser Irgendwie hab ich Interesse das Wasser hier rauszulassen Ich fühl mich lieber zum Boss So, hier ist nix Na los So, bin dann mal raus hier Warte, kommt der Ich hab grad was entdeckt hier unten Ist noch ein Gang Wo? Ganz hier unten, wenn man hier so runter guckt leuchtet es hier unten Aber ist jetzt egal Ach da unten Ich komm hier leider nicht raus, das ist mein Problem gerade Und da kommt schon wieder ein Gegner Ja ich find ich Tja, aber du wolltest ja hier in diese Spielereien, ne? Ja und? Was ist dagegen? So, oben, unten Warte mal, jetzt muss ich überlegen Hier oben wollte ich Wasser ablassen und schon runter lassen, also müssen wir hier unten lang Unten? Wenn du irgendwelche Gegner siehst, sag Bescheid, ich... Du wirst gleich irgendwas hören, bitte mit Sicherheit Warum? Weil hier in der Nähe war ein Boss, glaub ich Noch einer? Nee, der, der wir suchen Moment Ich hab hier... Ich hab mal ne Fackel hin, würd ich sagen Da hast du doch eine gefunden Hä? Da hast du doch gar ne Fackel gefunden Jo Erst mal gucken, was hier los ist Okay Jo, check mal eben Hier oben sind auch noch Sachen Wow Auch da Boah, einer stirbt Ja, nicht so viel Oh doch, da ist meiner auch Zack, was ist denn hier? Naja, auch nicht viel Na, ne Falle Die wohl Der ist Genau Okay, weiter geht's Mhm Warte mal, wo war ich denn hier lang gelaufen? Ich war ja ganz in der Nähe Komm hier nochmal raus Hier sind alle gespannt Oh Junge So Bin gespannt wie ein Schlupfergummi Warte mal überlegen Ähm Hier oben waren wir nicht langgegangen Auf keinen Fall Da müssen wir hier unten abräumen nehmen wahrscheinlich Zieh hier ein Goldfisch Und noch nen Gang Mal gucken unten Können ich hier unten lang gegangen? Nee, ist nix G'sterb G'sterb Junge Hier kann man sich echt schnell verlofen Ja, warte Ich hab doch mal geholfen Ehm Zwei Die Vielleicht ist er ja doch unten Ne, das unten war ne Kann ich mal gucken Kommst du? Ne, hier war er nicht Warte, da haben wir wahrscheinlich ne falsche Abzweigung genommen irgendwo Oh, ich hab was gefunden, lol Oh Gott Ach, du hast da oben was vergessen? Sehe ich Ah, Dämonerz, den du nicht abbauen konntest Gut, den hab ich jetzt Oh, Golderz Oh, hast du den nicht abgebaut? Weil mein Inventar ständig voll war, du Knaller Ich hatte fünfmal das Inventar voll in der Zeit, wo ich unten war Okay, abgebaut Was sehen wir denn da? Das ist ja unten auch Sieht zugebaut aus Wo bist du jetzt? Da? Also, auf der anderen Seite war nichts Hab ich schon geguckt Hab ich schon geguckt Und hier war das? Hier? Wo ist der? Wo ist der? Da weiß ich ne, der kam auf einmal an Also, du hast Fessi diese Worte gelesen und dann kam auf einmal Aber hier ist irgendwas versteckt, ich seh da was im Wasser Oh, ähm, ach so, dieses Stück Stück Nee, nee Das ist das nicht Ia Wenn du Das angreifst, dann verletzt du dich selber mit Wir können das Wasser noch ablassen von der Sache Die 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 Fuck, doch, hopp. Wenn dir irgendwas hätt ich dich vollkommen sofort Bescheid sagen. Wir müssen ja nur auf die Rotte warten. Da steht da Monster Wars Lane. So, der Monenertschung ja. Mal gucken, was haben wir hier? Fischer ist da aber. Was haben wir denn hier? Riesenangang. Guck mal, da muss aber Wasser rauslassen. Oh oh. Ich fahr grad auf, ich muss auch die Stange mal anlegen, denn Leute starten. Ja, guck mal her, genau, ja. Jetzt kann ich auch da abbauen. Guck mal bitte hoch. Oh oh, ich ertrinke. Nooo. Hm. Mach mal hier den Sand kaputt, der unter mir ist. Warum unter dir? Na ganz einfach, weil das Wasser richtig schön nachlässt. Klingt jetzt wieder wunderbar. Super. Jetzt kann ich mir anpassen. Warte. Warte. Ah, keine Ahnung, wo es geblieben ist. Hat Angst, weiß dass ich hier renne. Oogh stirb doch. Ne, also hier ist nichts. Ja, wenn ich nicht da bin. Mein Golderz unter Wasser bauen. Aber ansonsten kann ich hier nichts umdenken. Außer noch... Oh, ein Weg. Okay. Dann werde ich hier mal erkunden. Vielleicht finde ich das ja. Wo geht's denn an den Kragen? So. Braucht er mal ganz dringend Hilfe. Warum? Ich hab hier ein Zombie im Wasser. Hau drauf. Hau hau. Hau hau. 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 giant we home alle likely sind. Hau. Soll ich den da haben. Kleine Abzeuge machen. Das war's für heute. Ich finde hier nur noch einen Weg, wo du schon warst. Denke ich mir mal, dass du hier schon warst. Ich finde das ein, was ich mich für immer wieder bedenkt. Die warst du, was ich bin. Ich kann mich nicht nicht nur, was ich bin. Ich habe mich für ein, was ich bin. Ich habe mich nicht nur, was ich bin. Stürme Fussi Stürme Fussi Stürme 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 Aha Das sollte man sehen Untertitelung des ZDF, 2020 Flammenpfeile, magisches Spiegel, 2 Gold, nehme ich gerne, 3 Stäbe, warum nicht, Federschutz, oh man, mehr für alles, oh scheiße, danke für die Goldruhe, oh was haben wir hier, Gold, noch mehr, naja, also kommen wir in drinnen, sind wir auf coeur, oder so können wir uns da,